herzlich willkommen zu einem neuen video mit broker finmax ich handel 60 sekunden bis zwei minuten mein startrate beträgt 2000 euro als nächstes suche ich mir einen trade nach meinen einstiegskriterien im metatrader 5 euro yen sieht ganz gut aus müsste allerdings noch etwas fallen dann würde ich einsteigen ich mache zwischen zwei und fünf trades jetzt steige ich ein und gleich noch mal und noch ein drittes mal im wir Aktuell sind alle drei Trades deutlich im Gewinn. Der Kurs steigt noch weiter. Noch 10 Sekunden. Perfekt gelaufen. Alle drei Trades deutlich gewonnen. Bis zum nächsten Mal. Adios. Bis zum nächsten Mal.